yo servus liebe leute und herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt hier zur auslösung meines gewinnspiel jumping soda turbo und zu gewinnen gab es hier einen code für die ps4 version das heißt einer von euch kann das ding heute hier gratis platinieren und ja alles was ihr dafür tun musstet war hier einfach das wort turbo mit reinbringen es sind wieder jede menge kommentare hier 59 kommentare ja also auch dementsprechend hier 59 teilnehmer waren wieder paar coole sätze dabei fand ich wieder sehr sehr nice und ja dann würde ich sagen sparen ich euch auch nicht weiter hier auf die folter und kopieren wir hier wieder den link gehen rüber zum random picker fügen das ganze hier ein und dann wollen wir doch mal sehen ja wer der glückliche denn ist so hier geben wir das wort turbo ein dann haben wir hier noch ein capture zu lösen so drei kommentare sind natürlich nicht dabei weil wahrscheinlich wieder drei leute das ganze schon haben und euch viel glück gewünscht haben die sind dann dementsprechend natürlich raus ja deswegen auch hier das wort turbo mit rein ihr kennt das ja brauche ich nicht mehr zu erklären und dann schauen wir mal wer das ding jetzt hier gewonnen hat und da ist unser gewinner hier gotter hell hat das ganze hier gewonnen ja herzlichen glückwunsch mein guter du hast das ganze hier gewonnen ps4 version der jumping soda turbo und ja hast jetzt die möglichkeit das ganze hier gratis zu platinieren ja um den code jetzt natürlich von mir zu bekommen müsstest du mich noch irgendwo anschreiben entweder auf facebook instagram twitter oder hier bei psm die infos dazu findest du natürlich in meiner kanalinfo schreibt mich einfach da an und dann bekommst du von mir den code ja leute dann war es das schon wieder von mir vielen lieben dank fürs mitmachen für euren ganzen support wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut und servus